Auch wir wollen deine Zeugen sein, dein Loblied wollen wir singen. Auch Eltern teilen und verzeihen, dem anderen Schwesterbruder sein, bis alle Menschen stimmen ein. Schön, dass du wieder da bist. Du, deine Mama, dein Papa und vielleicht auch noch deine Geschwister. Wir sind an unterschiedlichen Orten versammelt und immer ist Gott mitten unter uns. Das zeigt uns das Licht der Kerze. Wie letztes Mal kannst du jetzt zu Hause eine Kerze auf den Tisch stellen und anziehen, dann sind wir mit dir und du bist mit uns hier verbunden. Wir feiern miteinander. Guter Gott, durch deinen Sohn Jesus rufst du die Menschen ihm zu folgen. Es sind keine besonderen Helden, sondern ganz normale Menschen. Es sind ganz unterschiedliche Menschen, die miteinander klarkommen sollen. Du rufst auch uns, dich und mich. Stärke uns in deiner Nachfolge. Amen. Von unserem A-Team, dem Apostel-Team, haben wir ja schon ganz viele kennengelernt. Viele sind Freunde von Jesus geworden und mit ihm gegangen. Und nicht immer war alles gleich ganz einfach. Alles bisherige aufgeben, das braucht Mut. Und dann immer zu Jesus zu halten und auch mal dafür verspottet oder ausgelacht zu werden, das muss man aushalten können. Schauen wir doch mal heute, wie es dann denen gegangen ist, die auch mit Jesus noch unterwegs waren. Ich bin Simon. Ich gehöre zu den Zerloten, dass die die ganzen Garten vor Eifer brennen. Umdenken wollte ich, dass die Menschen frei sein können. Frei von der Herrschung der Übung. Frei von der Übertrückung. Frei darf er, sich seinen Glauben zu tun zu führen. Frei, sich für ein Wölk zu entscheiden. Und frei zu uns leben. Ich bin Judas Tadeus. Verwechselt mich nicht mit Judas Iscariot. Der hatte Jesus an die Römer verladen. Ich allerdings bin mit Jesus verwandt und mein Bruder ist der Jüngere der beiden Jakobusen. Viel war ich mit Jesus unterwegs. Habe gehört und gesehen, wie er mit den Menschen umgegangen ist. Und wie er sie beeindruckt hat. Später war ich dann mit Simon unterwegs in Armenien, um zu erzählen und die Botschaft von Jesus weiterzugeben. Da bin ich, Jakobus. Und weil wir noch einen Jakobus in unserem Team hatten, der älter war, haben sie mich alle einfach Jakobus den Güngeren genannt. Zu unterscheiden. Mein Bruder, Judas Tadeus, habt ihr ja gerade eben gehört. Ich glaube, ich bin in unserem Team nicht besonders aufgefallen. So wie Petrus zum Beispiel. Aber das muss ja auch nicht sein. Wichtiger war, dass ich immer für Jesus gehalten habe. Und ein treuer Freund geworden war, auf den er sich verlassen konnte. Da will ich mich gleich mal zu Wort melden. Ich bin Jakobus. Der Älterer. Wie viele von unseren Freunden, war auch ich ein Fischer in meinem früheren Beruf. Mit Jesus wurde ich dann zum Seelsäuber. Ihr kennt mich vielleicht aus der Mutloser Kirche. Da bin ich nämlich Kirchenbatton. Und ihr erkennt mich an meinem Bildergut und an der Muschel. So werde ich immer bemestellt. Und das sind zwei Zeichen für Nachfolge und Treue. Kirchenbatton, das ist doch mein Wort. Noch gar nicht lange her ist es, da wurde hier in der Kirche der Namenstag der Kirchenpatrone Peter und Paul gefeiert. Ja, und der Paul, das bin ich. Abgekürzt von Paulus. Mit Petrus wurde ich zu einem ganz wichtigen Mann. Obwohl am Anfang habe ich ja gar nicht zu den Aposteln gehört. War sogar ein Feind von allen Christen. Und habe sie verfolgt. Erst als er eine Erscheinung hatte, bei der Jesus mich zum Glauben rief, erst sah, wie sie sich nicht tauchen. Ja, und dann habe ich Gottes Wort in der weiten Welt verbreitet. Ich habe Gemeinden gegründet und unsinnig viele Briefe geschrieben. So wurde ich zum zweitrichtigsten Mann nach Petrus. Alle vom Apostelteam, ob bekannt oder weniger bekannt, haben sich von Jesus anstecken lassen, haben sich an ihm ein Beispiel genommen. Als sie schon die Köpfe hängen ließen, weil er ihnen sagte, dass er nicht für immer bei ihnen bleiben kann, da hat er ihnen versprochen, ich sende euch einen, der euch Kraft und Mut geben wird, den Heiligen Geist. An Pfingsten wurde das wahr. Und seitdem gibt es Menschen wie die Apostel, Menschen wie dich und mich, die sich von Jesus anstecken lassen und in seinen Fußstapfen durchs Leben gehen wollen. Beten wir heute dafür, dass uns dieser gute Geist bleibt und nicht ausgeht. Dazu machen wir wieder eine Schale mit unseren Händen. So können wir den guten Geist auffangen und festhalten. Gut Herr Gott, an Pfingsten schenkst du uns deinen Heiligen Geist. Er soll uns Kraft und Mut geben, dass wir zu Aposteln werden, dass wir heute Jesus' Geschichten weitererzählen, dass wir heute so gut zusammenleben, wie Jesus es mit den Menschen gemacht hat. Wie letztes Mal könnt ihr euch die Bilder der Apostel hier in der Kirche an der Osterkerze abholen. Hier in diesem Körbchen liegen sie für euch bereit. Bitten wir Gott nun um seinen guten Geist und um den Segen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir alle vom Kinderkircheteam wünschen euch Gesegnete Ferien! Komm, Heiliger Geist, lass die Funken überspringen. Komm, Heiliger Geist, lass uns immer neu beginnen. Komm, Heiliger Geist, Leben kann mit dir gelingen. Komm du auf uns herum, um das nicht zu knallen.